Hallo und herzlich willkommen wieder hier zu RimWorld. Wir machen weiter und ich habe mich während diesen Folgen habe ich erstens den Android noch mal überarbeitet, den wir beim letzten mal gestartet haben. Und ich habe mir das hier noch mal genauer angeschaut. Was denn hier so ab... was denn man hier so machen kann? Was uns noch fehlt, was wir vielleicht zu viel haben. Der hier war zu viel. Bevor wir in dieser Folge hier wieder losfliegen und auf das nächste gehen. Uns fehlt nicht mehr viel. Uns fehlen ein paar von... nein, davon fehlen uns keine mehr. Uns fehlen ein paar von diesen Simulation Drives und einen Nanite Centrifuge. und es gibt sowas, das heißt Genome Stabilizer. Davon haben wir glaube ich noch gar keinen. Wenn ich das richtig sehe. Davon kann man zwei haben. Wir haben noch keinen. Genome Stabilizer. Ich nicht. Das heißt den holen wir uns jetzt hoffentlich hier. Ja Vogel. Ja Vogel. What is here? Choose landing spot. Ja. Oh was wird. Geothermie Baustelle. Okay. Okay. Okay, dann... Der gerade ersetzt. Hatten wir das nicht... Muss ich mich ehren. Genome Stabilizer. Zwei Stück. Und ihr seht auch, hier ist wieder einer von denen und sogar Hightech... Gedöns. Vieles was wir haben wollen. Wo ist unser Android? Hier. Na komm. Na komm. Lassen wir erstmal die da landen. Ancient Super Soldiers der Fraktion Ancient Soldiers greifen deine Kolonisten, Mann. Wir sind noch nicht mal gelandet. Wie sollen die uns angreifen? Oh, äh... Nach vorne... Zerstört diese Leitung. Maus. Oh, schade. Schade, ich wollte dieses Töt behalten. Naja. It is what it is. Nicht Vögelchen. Hier. Deswegen wird da auch so gezwitschert. It is what it is. Oh ja, der Vögelchen wieder viel zu sagen. Kann ich den Besitz nehmen? Kann ich. Besitz nehmen. So, dann schauen wir doch mal was hier rumliegt. Kampfspinne. Tank. Ich sehe keinen Helikopter. Super Car Wreck. Aber es bringt uns nicht wieder. Äh... Fangen wir doch mal hier schon hin. Das hier ist ähnlich aufgebaut wie einer, den wir schon mal hatten, gell? Aber hier sind alle von den Dingern aktiv. Von den Verteidigungsmaßnahmen. Das erste Mal, dass wir das hatten. Hoffentlich ist dann hier auch mehr Loot drin. Ja, äh... Hier ran. So. Hier mal weiter schauen. Aufgaben... Leichte Mix. Erwecken bitte. Gut. Hier wird weiter gebaut. Was ich gerne habe. Äh... Daher wollte ich halt noch mehr von diesen Ancient Turrets. Doch Vogel, wollte ich. Er wird durch? Nein. Aber fast. In Besitz nehmen. Offenhalten. Ja, Vogel. Doch. Hier sind wirklich mehrere Turrets. Noch aktiv. Interessant. Oh-oh. 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 So. Einen Besitz nehmen. Offenhalten. Geh du mal hier hin. Einen Besitz nehmen. Offenhalten. Nein. Geh hier hin. So, ihr könnt, glaube ich, hier angreifen. Doch, können Sie, Vogel? Ja. Hier ist nochmal extra Strom. Gut. Nur hier hin. Und Abschuss. Zum Abschuss freigegeben. Die sind, glaube ich, im Besitz nehmen. Sind die noch aktiv? Äh... Vor langer Zeit zerstört. Gut. Wieder hier hin. Warte, ich könnte das hier, das da hin versetzen. Stabilized Mucus. Stabilized Mucus ist das. Davon braucht man auch... Kann man auch nur einen haben. Gebiet freigelegt. Das ging schnell. Äh... Die brauchen wir alle nicht mehr. Und die haben wir alle schon. Weiß auch nicht, wie viel... Wir können sie rein, theoretisch... Äh... Verkaufen. Ja. Aber wir machen uns nicht die... Äh... Die ganze Arbeit, das alles mitzutragen, wenn wir es nicht brauchen. Würde ich sagen. Macht doch Sinn, oder? Ja. So... Wegtragen. Doch. Ah... Schön wegtragen. Doch. So... Von denen kann man 10 haben. Ja. Von denen kann man 10 haben. Das heißt, uns fehlen noch 3. Und... Von denen kann man 2 haben. Das heißt, es fehlt uns noch einer. Äh... Und... Die Gene Stabilizer. Sonst haben wir, glaube ich, alles. Ah! Genau den. Und den brauchen wir noch einen. Ein Griff. Äh... Äh... Steht euch mal hier hin. Nicht, dass ihr das hier zerstört. Äh... Du... Und mal den Android. Du musst gerade reformieren. Vogel. Ja. Ja. Keine Ahnung, was er heute hat. Er hat mich schon aus dem Bett geschrien. Ja. Hast du. Willst du? Ah... Ich... 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 Ich glaube, er möchte neue... Äh... Äh... Kolbenhirse. Möchtest du? Neue Kolbenhirse. Ja. Auch wenn du einen vollen Futternapf mit schönen Pianen hast. Willst du Feinschmecker lieber Kolbenhirse. Gut. Ähm... Warum rennt ihr alle weg? Halt auch weg zurück. Einfach hier mal durchgehen. So. Dann gehen wir kurz hier zurück. Oh. Da ist das Beat direkt frei. Gelegt. So. Die brauchen wir. Die... Nehmen wir in Besitz. In Besitz nehmen. Und die erlauben wir. Das war's hier. Das war's hier. Wir können hier noch oben lang. Dann... Hier drauf schlagen. Hier stellen. Und öffnen. Gut. Ich glaube nicht, dass wir da ein Ding brauchen. Kim... Nein. Du. Immer hier rein als Pilot. Und Start. Äh... Oh. Wir können sogar relativ nah landen. Das hier demontieren. Wären schon demontiert. Das hier müssen wir noch hacken. Wir brauchen ja noch ein bisschen was. Einen davon zum Beispiel. So. Ein Besitz nehmen. Demontieren. Wahrscheinlich ist ja auch noch irgendwo ein Kühler. Könnte ich vermuten. Wer ist aktiv. Was? Nunjur. Chase. Was machst du? Oh. Der hat Feuer bekommen. Äh. Hilf. Oh. Der hat Feuer bekommen. Oh. Einen Besitz nehmen. Offenhalten. Immer hier hin. Während ihr die Tür hier aufmacht. Engine Educator bauen wir nicht mehr. Wie uns fehlt noch die Geothermie Ding. Was hier wahrscheinlich drin sitzt. Engine ist off. Ja. Load Cargo. So. Simulation Drive. Gene Stabilizer. Vita D. Nein. Ah doch. Du machst ja sowieso am wenigsten Schaden an der Tür. Dann kannst du das auch beladen. Gut. Die antiken Generator lassen wir mal. Die brauchen wir nicht. Alles kaputt. Das muss noch gehackt werden. In Besitz nehmen. Demontieren. In Benitz nehmen. In Benitz nehmen. Genau. Hier hingehen. Besitz. Nehmen. Demontieren. Demontieren. Sonst ist es. Marine Rüstung. Schlecht. Nichts was wir brauchen. Dieser Ding war ein bisschen enttäuschend. Doch. Hugelwara. War ein bisschen enttäuschend. Demontieren. Dann müssen wir Matthias losschicken. Mit der da ein bisschen was hackt. Warte. Wir müssen hier neuen Boden legen. Und erweitern. So. Gut. Muss ich warten bis der Boden hier fertig ist. Ihr könnt tragen helfen. So. Die nehmen wir auch in Besitz. Und demontieren sie. So. Wurdest du vollgeladen? Genau. Load Cargo. Den Cooler nehmen wir. Die Batteries. Oh. In der Ruhe. Akzeptieren. Gut. So. Starten. Landen. Und dann können wir. Vielleicht hier ist der voll. Hatte ich vergessen raus. Load Cargo. Super in der night. Super in der night. Containment. Akzeptieren. Sollte eigentlich klappen. Ist das Glitzerweltmedizin? Ne. Das ist nur normale Medizin. Ich meine. Die müssen wir nicht erwecken. Die haben nichts Gutes. Nein. Haben sie nicht. Wir haben nichts Gutes. Hügelchen. Moskito arrived. Fäll mir auch ein. Matthias. Wir können bei dir. Geld bauen. Waldarbeit wieder raus machen. Solltest du normal nicht machen. Jetzt wo wir ein Android dafür kreieren. Musst du das auch nicht mehr. Hier hängen. Noch was was wir wollen. Davon haben wir schon 10. Davon haben wir schon 2. Das haben wir auch schon. Einen. Genau. Sonst gibt es hier gar nichts mehr interessantes. Vielleicht die Generator. Aber nö. Dann muss ich nur noch Matthias hacken. Dann euch schon mal hier rein. Dass ihr mir nicht hier rumläuft. Du kannst auch schon mal in deinen Schmuggler. Als Pilot. Start your engine. Und wir können direkt nach Hause. Doch können wir. So. Ja Vogelchen. Ich gebe dir gleich die Kolben hier. Du musst mich nicht so anschauen. Du hast einen vollen Futternapf. Der ist voll. Den habe ich gestern aufgefüllt. Ich sehe, dass der bis oben hin voll ist. Feinschmecker. Oh. Essen für die Hasen. Und einen relativ sicheren Lebensraum. Fürs erste wahrscheinlich. So. Moskitu. Und Moskitu. Sind die nach Hause eigentlich nicht? Die können direkt weiter. Und du kannst nach Hause. Ja. Das hier ausschalten. Und das hier raus machen. Dass ich das immer manuell ausschalten muss. Ah. Ah stimmt. Das wollten wir noch zerstören. Ich erinnere mich. Leicht. Oh. Hier wird es schwierig. Den Schmuggler zu landen. Relativ schwierig. Ah verdammt. Den kann ich auch nicht bekommen. So. Angriff. Und so. Global. Angriff. Schade. Schade. Die nehme ich halt immer gerne mit. Oder würde ich gerne immer mitnehmen. Wir haben es bisher nur einmal gemacht. So. Puh. Wo. Da. Warum stehst du nur? So. Create Android. Load Android Type. Ich habe den auch. Create. Hallo. Weil ich den einen einmal abgebrochen habe. Funktionieren die nicht mehr? Ah doch. Jetzt funktioniert es. Seltsam. So. Äh. Hier. Weiter. Hier rein. Wenn ihr euch eigentlich auch durch die Wand hier. Wenn ich ehrlich bin. Äh. Sollte schneller gehen. Tiefenbohrer ist erschöpft. Ja. Ja. So. Die Ancient Solar Generators. Wo machen wir die hin? Können wir hier hinsetzen? Die Bäume. Wollen wir sowieso nicht. Äh. Äh. Alles weg. Alles weg. Ach weg. Wird freigelegt. Okay. Wieder durch die Wand. Äh. Die Leute gerade wild schießen. Ein Schild auszuschalten. Nicht die beste Idee. Ja. Äh. Wie. Es geht wirklich viel schneller. Oh nein. Eine Flinte. Ah. So. Hier rein. Der hat eine Flintlock. Eine Muskete. Ehh. Der Arme. Der Arme. Hat wohl keine Arme mehr. Weg mit deinen Armen. So. Du hilfst dir aus. Hier müssen noch neue Personen reingefügt werden. Ähm. Was ist denn? Als ob du so wegen der Kolben hier so. Siehst du, siehst du einen Raben draußen? Was ist denn? Geil. Sturz, Luke. Oder hörst du irgendwo alle meine Entchen? Dein Lieblingslied, hä? Wahrscheinlich. Ich bin nicht. In Besitz nehmen. Offenhalten. Geh hier hin. In Besitz nehmen. Offenhalten. Okay. Das ist ein Nanite Sampler. Den haben wir schon. Haben wir schon. Haben wir schon. In Besitz. Das heißt. Der Loot. Von dem hier ist nicht so toll. Oder bringt uns nichts im Moment. Und. Wie ein Operationstisch. Äh. Nicht mehr zu gebrauchen. Okay. Dann bringt ihr uns nichts mehr. Wisst ihr was? Ich, äh. Halte mal kurz hier die Folge an. Ich gebe den Vogeln jetzt Kolben hier so. Mal schauen, was sie wollten. Schau, ob irgendein anderer Vogel sie stört. Und wir sind gleich wieder da. Okay. Weiter geht's. Äh. Die Batterien nehmen wir natürlich mit. Äh. So. Hier hin. So. Hier wird die Tür. Es wird geöffnet. Wann nicht. Wand geöffnet. Wer hat mir einen in einem Stryker? Es gab es. Nein. Nein. Es gab. Bei diesen Super Genomes. Die man hier mitmachen kann. Was interessantes. So. Versetzen wir das. Wir drücken mal hier hin. So. Versetzen. Äh. 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 Hier hin versetzen. Äh. Viel zu versetzen. Äh. Wenn ich das alles mal hier hinten weg. Wird freigelegt. Wupp. In Besitz nehmen. Äh. 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 Kann ich die einfach abreißen. Wenn ich die in Besitz nehme. Äh. 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 Habe ich hier das Cargo? Äh. Ich hatte hier das Cargo nicht rausgemacht. Oh. Schwierig. 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 Äh. Also kannst du das hier montieren bitte? Bitte. Dann kommst du hier hin. Äh. Äh. Demontieren. Die Wand. Die Wand. Du brauchst da ewig. So. In Besitz nehmen. Öffnen. Geh hier hin. Hier im Besitz nehmen. Demontieren. Eine Toilette? Es bekommen nur die antiken Toiletten. Hier bekommen keine. So. Hier durchschießen. Du triffst es nicht? Jetzt? Jetzt. So. 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 Und ich kann den Dings hier kaum landen. Jungen Schmuggler. Oh. 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 Krotz Winter sind hier sehr viele. Dings. Äh. Die lass ich erstmal. Die demontieren. Äh. Warte. Haben alle Türen öffnen. Öffnen. Ah. Der muss noch gehackt werden. Genau. Da muss die Batterie noch ein bisschen halten. Geh mal hier rein. Geh du auch mal hier rein. Geh du auch mal hier rein. Candice. Rein. Nein. Candice rein. Starten. Juuu. Das hier könnte ich. Glatt machen. Böden. Warte. Äh. Oberfläche. Wenn ich da nur Betort drüber mache. Wird es dann nicht auch weggetragen? Und zerstört. Die Bäume. Warte. Abbrechen. So. Und dann hier das ganze Stahl erlauben. Das sollte genug sein. Hoffentlich. So. Du. Kannst. Hier mal als Pilot rein. Und das wegbringen. Das was ich schon wieder vergessen hatte. Zu leeren. Machst du. So. Die können das bauen. Und ich hoffe, dass sie währenddessen dann auch die Bäume entfernen. Ah. Die sind im Containment. Genau. Das hatten wir. Das haben wir. Nichts was ich sonst hier brauche. Matthias. Was hier hacken. Glauben. Sonst ist hier nichts was ich haben will. Von denen haben wir glaube ich mittlerweile 10. Ja. Haben wir gerade so 10. So. Äh. Versetzen. Mal da hin. Es wurde noch nicht versetzt. Ja. Hier wird gehackt. Die machen. Die machen. Die machen die Bäume weg. Nice. Das ist was ich haben wollte. Zur Not kann ich dann auch den Boden mit. Warte. Dann kann ich eigentlich hier. Es abbrechen. die Böden nur über den Tannen lassen. Oh. Oder über den Bäumen. Ja. Das sollte das erste gut sein. Warhol wurde gemacht. Musst du noch irgendwas anderes tun Matthias? Oder kannst du schon wieder gehen? Ich glaube du kannst schon wieder gehen. Nein. Ich möchte. Äh. Unload all palms. Warum kannst du da nicht als Pilot rein? Äh. Jetzt kann er als Pilot da rein. Was war denn das? So. Nicht vergessen. Alles raus. Schauen wir mal ob wir den Baum hier noch weg machen müssen. Eins. Zwei. 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 Vier. Fünf. Die Bäume hier weg. Ganz schnell. Ja, crackle. Tone. Moskito has arrived. Gut. Nun kann ich auch immer nur Holzboden benutzen. Ja, glaub ich ein bisschen länger zum verlegen brauche aber. Naja. Es dauert zwar lange, bis ihr die Kiefern so entfernt, aber ihr könnt es. Normalerweise verweigern die das ja, glaube ich. Als Sealed wurde, Locked und Sealed. Was ist denn der Unterschied? Ich meine, ich nehme sie beide gerne mit. Aber Locked hört so an, als wäre da was drin. Und Sealed hört sich so an, als wären da alle in Kryostase. Also bei Locked hört sich an, als wäre da nur von draußen ausgeschlossen und innen drin noch aktiv. Das meine ich nicht mehr inspiriert. Kein Laufrausch. Okay. So. Wie lange braucht er noch dieser Android? Ein bisschen. Schade. So. Den Gin Ding. Alles hier so ein bisschen umsetzen. Ich weiß, das ist ein bisschen voll gerade. So. Und die Hydraulic Farms, die könnte ich schon mal daraus wegbringen. So. Wenn ich das hier mache, wie würde das aussehen? Das ist immer 3, gell? 3, 3, 3, 3. Okay, das passt. Also du. Und du. Schöne Hydroponics. Gut. Gut, 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 gut. Gut, 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 gut ist ja gut. Ich brauche noch ewig, bis sie die Bäume wegmachen. Komm mal hier hin. Okay, und weiter geht's. Die Bäume nicht. Die könnte ich mit irgendwas füllen zur Not, um ein bisschen Strom zu erzeugen. Ich sehe, die Batterien gehen gerade leer. So, wenn ich den in Besitz nehme, geht es. Sollte gehen. Ich kann kaum warten, bis dieser Android hier fertig ist. Ey, ey, ey. Brauche ich. Wird gebraucht. Brauchbar. Hier ist schon wieder voll mit Stahl. Sohn erweitern. Wegtragen. Dann hören wir mal fürs erste auf Stahl zu graben. Und fokussieren uns auf... Und fokussieren uns auf. Und fokussieren uns auf. Und fokussieren uns auf. zu nah weitern zu nah weitern ich mache entferne ich die ich weiß es nicht stahl so hier ist sprit zum befüllen dann könnt ihr hier noch ein bisschen strom erzeugen wenn der hier weg ist kann kann das ding schon landen der schmuggler hier geh mal da rein und schau mal noch eine person einfügen speedy hier auch direkt krissk so matthias hier start ok keine möglichkeit so aus da um load all und so gut ihr macht es dann fokussieren wir uns doch erstmal hier wir können gerade den mech boss nicht herbeirufen einfach weil nicht unsere ganze kampfkraft hier ist ja vogel sie ist nicht hier nein 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 so ihr nicht auf reis sondern auf psycho die 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 wo die die starten, aber nein können wir nicht, weil der hier noch immer seit Tagen da dran ist. Naja, wie seid ihr weiter? Habt die Bäume mal entfernt? Ja und dann danach mach mal den hier. Oh ich kann kaum warten bis der hier fertig ist. Wir haben eigentlich schon genug um direkt zum nächsten zu gehen. Oh, da fällt mir gerade auf, die haben hier gar keine Fluchtmöglichkeit mehr. Die können da gar nicht mehr weg. Ja. Scan Prozess, Personen einfügen. Curly. Und mal hier schauen. Okay die Batterien. Die noch. Genau. Hab ich richtig gesehen. So. Davon gibt es noch einen. Montieren, montieren, montieren. Drei, sechs. Warme Kleidung fehlt. Matthias. Wenn ich dicht fliege, kommen wir hier hin. So, dann land doch mal hier. Gut. Ach, ihr seid davon geflohen. Load Cargo. Äh, sonst noch was? Ne. So. Vollladen. So. Perfekt. Ja. Das bisschen Erde, das wir jetzt zerstört haben. Ey, ey, ey. So, demontieren. Bitte? Die Generatoren wollen wir auch nicht. Camp Fuel brauchen wir nicht. Ach, die hier noch. Im Besitz nehmen. Demontieren. Dann kann ich das da noch voll machen. Sonst hier noch irgendwas? Nö. Party. Disco, Disco. Party, Party. Super Night. Und das. Können da alle rein? Too many. Nein, können nicht alle rein. So, du machst nicht mit an der Party. Du fliegst jetzt. Ja, dahin. Warum liegen hier immer mal wieder Brocken rum? Random. So, keine Batterien. Im Besitz nehmen. Demontieren. Nehm ich die noch mit. Hier konnte ich kaum was looten. Destroyed konnte ich nicht looten. Load Cargo. Load Cargo? Akzeptieren. So. Du kannst hier weiter als Pilot drin chillen. Du kannst hier als Passagier rein. So. Und ihr kommt hier rein. Du kommst hier rein. Und jetzt warten wir, bis du fertig geladen bist. Gut. Fertig. Gut. Fertig. Gut. Fertig. So. Du. Hier hin. Und Start. Ah, goddammit. So Start. So Start. So Start. So Start. Er ist immer schwierig. Aber dafür kann er halt so viel transportieren. Es gleicht es aus. Gut. Wir hatten doch noch ein. Genau. Wir hatten noch ein Solar. So. So. Entfernt Kiefer. Das erste was raus geht ist wieder an medizinischer Notfall. Ah, du bist fertig. Nutramin verabreichen. Ja, ich habe das Design auch ein bisschen verändert. Ja, du operierst sie auch direkt. Dann können wir jetzt, wenn wir zum zweiten, zu den nächsten Ancient Walls gehen, ein bisschen mehr machen. Ein bisschen einfacher. Und hier beginnt der Todesschlafraum, den ich vorhatte. Den kann ich jetzt auch schon anfangen. So, was machen wir da? Machen wir hier das schöne Fliesen aus Schiefer, würde ich sagen. Produzieren wir ja auch genug. Vielleicht gerade sogar zu viele. Hatte ich euch nicht gesagt, zwei Kaltpflanzen? Hatte ich. Warum ist dann hier Reis? Super Nanite Containant. Containant. Uuuuuh. Uuuuuh. Containment. Containment. Uuuuh. 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 Kapsel und Käfer. Kapsel und Käfer? Uuuuh. Uuuuh. Ne, keine Insekten. Insekten sind immer nervig. Uuuuh. Uuuuh. Mal schauen, ob hier die Temperaturen okay sind. Ja. Hier ist ja ein bisschen Temperaturausgleich drüber. Da muss man dann mal schauen, wie es sich hält. Hält sich okay. Okay. Matthias. Bitte. Mach diese Operation. Und dann. Das Todes. Ah. Styling Station. Die wollte ich auch noch machen. Genau. Hier hinsetzen. Dann lösche ich doch mal die Zone. Forschungsmenü. Todesschlaf. Ja. So. Sehr viel Stahl. Dann wird jetzt wieder nach da hinten gebracht, dass wir hier Platz haben. Weil wir davon ja noch einen platzieren müssen. Vielleicht setze ich das. Hier hin? Jo. Drei. Sechs. Zwei. Neun. Äh. Ich weiß es nicht. So. Sophie ist fertig. Ja. Hier hin. Cargo. Sind die alle da drin? Nein. Einer fehlt noch. Und rein starten. Gehen wir doch mal hier hin. Schauen wir uns mal das an. Das hier fertig. Zehn. Du. Noch hier hin versetzen. Ah. Wo ist denn da der Eingang? Hier? Also der ist wirklich sealed. Ich vermute hier ist der Eingang irgendwo. Und ich sehe auch hier kann schön der Schmuggler landen. Aber auch keinen Helikopter. Infanterie fighting vehicle. Was? Was braucht denn sowas? Wie restort man denn sowas? So. Dann könnt ihr auch direkt hier rein. Ah. Das muss ausgemacht werden. Natürlich. Oh. Ich höre da jemanden schlagen. Da innen drin. Oh. Ja. Da wird diese Wand hier angegriffen. So. Ja. Das ist auch ein interessantes Wall-Layout. Ist der voll? Nein. Irgendeiner meiner Trageroboter macht den doch bitte voll. So. Lastenheber 1 läuft. Gut. Und los geht's. Und los geht's. Und hier noch irgendwo anders landen. Nein. Dann landen wir hier. Geh hier hin. Schieß dann. Schieß dann drauf. Ist H immer? Äh. Du? Gut. Was warst du? Ancient Soldier. Sklaven. Kannst du hier nicht hingehen? Nein. Du? Nur. Äh. Dann können wir halt das hier mal an. Ah. Ihr seid gelandet. Okay. So. Du kannst. Das hier hacken. Dafür habe ich dir Intelligenz gegeben. Und du reparierst es. Ah. Okay. Da wollte ich mal schauen, was man dafür alles braucht. Wie das funktioniert, meinte ich. Äh. Äh. Kannst du irgendwas mit. Stell dich mal hier hin. Währenddessen. Äh. Äh. Schießen ist relativ schnell auf. Schwierig. Ich sehe hier auch. Ja hier könnte man sich durchschießen. Aber hier muss man glaube ich wirklich auf die Tür. Motorblock. Und so weiter. Warte. Dann. Während du da. Während die da sind. Heck mal. Okay. Transporter. Was? Transporter am Boden? Ah. Das ist für. Äh. Den Sitz nehmen. Demontieren. Ihr hier hin. Das geht wirklich viel schneller. Jetzt wo. Ein reiner Squad aus den Schadensmachern ist. Wir könnten hier natürlich irgendwie. Stromleitungen. Langlegen. So. Candice. Wander doch hier. Gut. In Besitz nehmen. Demontieren. So. Und dann hier Strom lang. Oh. Oh. Komm mal. Alle bitte. Alle bitte hier hin. So. Candice. Was? Warum ist hier kein Strom? Ah. Das ist nicht angeschlossen. In Besitz nehmen. Offenhalten. Kannst du die Stromleitungen bitte bauen? So. Geh hier hin. So. Aufschießen. Geh hier hin. Ah. Die wollen wir haben. Demontieren. Die nehmen wir gerne. Das ist offen. Geh hier hin. Kann ich dich? Kann ich. Geh hier hin. Wenn du da hast. Ja. Ich bin hier. Was okay. So. Bei den Fiskalen. So. Probierst du den Fiskalen. Eh. Dann. Oh. So. Da kannst du das alles. den besitz nehmen demontieren so mucus hatten wir aber hier sind keine dinge keine hier sind keine anderen zeichen keine ich glaube ich nur noch eins ich muss gerade kurz mal gucken kurz heraustappen hat das irgendwas mit der aufnahme gemacht nein oh was ist das ancient supply crate check das mal so cargo oh du wurdest nicht geleert und nehme ich den heater mit und den genome stabilizer mehr brauchen wir hier glaube ich sowieso nicht raus erforschungsmenü forschen wir hier gerade mal weiter genome stabilizer haben wir zwei wir brauchen noch so eine centrifuge glaube ich glaube ich sonst ist hier wirklich nichts interessantes drin bisschen traurig genome ne tötz nicht akzeptieren alles da rein also da wo es passt rein hack hier weiter wir sehen ob da was passiert wenn man sie hackt und nicht aufschießt alles weg tragen brechen load cargo hier noch irgendwas die bauteile und ein bisschen was vom dem so oh da sehe ich gerade noch was die hatte ich vorher nicht gesehen hier noch was Strom aber sonst auch nichts und die batterien natürlich in besitz nehmen und demontieren so abbrechen hey nicht wegrennen nicht wegrennen ja aber hier hat man nichts bekommen load cargo batteries akzeptieren load cargo batteries so load cargo und die restlichen batteries bitte alles wird weg gebracht nur noch ein bisschen stahl hier rumliegen und plaststahl ich habe gerade gesehen dass es sehr hell geworden ist ist man gar nicht mehr gewöhnt bei unserem ganzen dunkel licht nicht so boardet ihr mal hier so du lädst noch das heißt geh mal hier als pilot rein so letzte batterie weggetragen und dann geht es hier wieder weg ich glaube das war dann auch so gehen wir hier als passagier rein jo ich glaube das war es auch erstmal was wir hier an diesen ancient dinger machen nur weil wir uns noch so eine sandwich fehlt vielleicht mache ich die auch offline alleine ich glaube für aufnahmen waren das jetzt für das erste mehr als genug äh von denen nicht von diesen ancient dangern so hier landen schmuggler hier der schmuggler ist schneller als der rest sind die pawns da schon raus die sind schon wieder am arbeiten der schmuggler ist echt verdammt schnell ist hier noch was im cargo drin jup so so ah und das hier natürlich ausschalten notcargo irgendwann war das noch mit flake kommen akzeptieren so die batterien müssen natürlich hier noch voll gemacht werden so montieren montieren so versetzen wir doch mal eins zwei drei drei wie viele haben wir hier sieben das insgesamt acht acht neun zehn neun zehn so dich kann ich hier hin montieren und dann kann ich die zweite genome stabilizer den wir bekommen haben montieren was machst du ah du verringerst die fail chance ja dann würde ich sagen ich werde noch offline ein paar von diesen ancient dingern wir hatten das jetzt mehr als genug gesehen wir hatten das jetzt mehr als genug gesehen und versuche noch einen von denen zu finden so dahin wir setzen dann es fehlt glaube ich wirklich nur das sonst haben wir alles voll von denen haben wir zehn von denen haben wir zehn von denen haben wir zwei wir haben einen Genome Macrophiometer Stabilized Mucus Inducer äh Nantisch Reaktor Nite Sampler den haben wir zwei das einzige was wirklich nur fehlt ist das eins eins davon gut dann sieht man sich in der nächsten Folge ich werde noch ein paar von den ancient dangerous raiden um versuchen so ein super Nite Nite Sampler ist das? ja ok so ein super Nite Gedöns zu finden man hört sich beim nächsten Mal bis dahin tschau tschau Musik 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 Musik